Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch ein paar Möglichkeiten wie man dieses Venedig Foto etwas aufbessern kann. Zunächst würde ich ganz gerne das Format ändern. Das ist das normale Format bisher wie es aus der Kamera kam. Ich möchte allerdings den unteren Bereich hier abschneiden um eine andere Wirkung zu erzielen und das ganze im 16 zu 9 Format machen. Dazu gehe ich auf das Zuschneide Werkzeug und kann hier selbst definiertes Verhältnis 16 zu 9 wählen, dann kriege ich diesen Rahmen den ich mir so schieben kann wie ich zuschneiden möchte. Allerdings würde ich damit diese Gondel abschneiden die ich eigentlich genau im Bild haben möchte. Also muss ich mir diese Gondel zuvor erst mal retten und da zeige ich euch wie man das macht. Also ich breche das ab und kopiere mir die quasi raus. Ich nehme das Zeichenstift Werkzeug und mache damit nur grob eine Auswahl von dem Boot mit Wasser. Ich habe jetzt einen Pfad erstellt, kann daraus eine Auswahl machen. Dazu muss ich noch kurz auf ein Auswahlwerkzeug gehen, damit genau das hier kommt, verfeinern und dann sage ich, ich möchte diese Auswahl ausgeben als neue Ebene. Jetzt habe ich das hier raus kopiert, kann den Hintergrund wieder aktivieren, nehme das Bewegen Werkzeug und ziehe jetzt das Boot erst mal ein Stück beiseite und deaktiviere es. Gehe auf die Hintergrund Ebene und jetzt kann ich zuschneiden. Jetzt sage ich, ich möchte dieses 6 zu 9 Format, möchte genau diesen Ausschnitt, drücke Enter und es ist weg. Oben drauf habe ich immer noch das kopierte Element. Also ich gehe wieder auf die untere Ebene und klone jetzt das Ganze hier raus. Dazu nehme ich das Restaurationswerkzeug, wähle eine Pinselgröße mit weicher Kante und Affinity Photo ist in der Lage, das selbstständig herauszuklonen. Bei der Gelegenheit klone ich auch das hier noch raus. Und dieses Boot möchte ich auch nicht im Bild haben. Jetzt gehe ich auf die zuvor kopierte Gondel, aktiviere diese Ebene, gehe auf das Bewegen Werkzeug und ziehe sie mir erst mal dorthin, wo ich sie hin haben möchte. Also in etwa hier möchte ich sie hin haben. Jetzt passen die Übergänge nicht. Ist jetzt recht hart hier. Geht schon relativ, aber die kann ich jetzt sauber übergehen lassen, indem ich sie markiere. Ich gehe also auf Ebene, aktiviere die Ebene, nehme einen Pinsel mit der Farbe Schwarz, stelle mir den schön groß und weich ein und fahre jetzt hier über die Kanten, sodass die Übergänge so wären, dass es praktisch eins mit dem Wasser der Umgebung wird. Jetzt kann ich mit den ersten Farbanpassungen beginnen und zwar finde ich ist das Foto insgesamt etwas enttäuschend. Die Farben sind blass und grau. Also fange ich mal an und gucke mir mal die erste Idee ist eine Tonwertkorrektur an. Ich gehe mal davon aus, dass die Werte nicht ganz stimmen und so ist es auch. Man sieht, dass in dem vorderen Bereich und auch im hinteren Bereich etliches fehlt und das kann ich hier heranziehen und sehe sofort den Effekt. Ich kann auch die Alt-Taste gedrückt halten und so lange ziehen bis die ersten Bereiche ausbrennen und dann aufhören. Das gleiche mache ich mit diesen Tönen. Und habe damit schon mal eine Verbesserung erzielt. Nun habe ich mir überlegt, das Wasser etwas blauer zu machen, als es hier ist. Das ganze mache ich mit einer Sättigungsebene, HSL, Hue Saturation Luminance, lege die oben drauf und gehe mit der Pipette auf einen Bereich ins Wasser. Ich nehme einen Farbpunkt auf und Affinity sucht sich jetzt selbst diesen Farbbereich raus. Also im Prinzip diese blau-graue Töne. Und da kann ich jetzt die Farbtöne verschieben, bis ich der Meinung bin, dass ich ein Blau habe, das mir gefällt. Dieser Ton gefällt mir, da gebe ich noch ein bisschen Sättigung drauf, nicht zu viel. So reicht mir schon. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich alles blauer gemacht habe. Also der Himmel kann ja bei der Gelegenheit auch ruhig ein bisschen blau werden, aber nicht die Häuser. Also werde ich jetzt alles herausmaskieren, was nicht blau sein soll. Ich nehme also wieder einen Pinsel, Farbe schwarz und gehe einfach über diese Bereiche rüber, die nicht blau werden sollen. Dann habe ich jetzt auch schon mal einen leichten Verbesserungseffekt. Eine weitere Idee von mir, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, weil man ja das Bild verfälscht. Hier ist ja eine Kuppel mit einem Blechdach. Das Dach ist grau. Ich finde, um ein bisschen Farbe reinzubekommen, kann man das Dach auch mit einer leichten grünen Patina versehen, so als wenn es ein Kupferdach wäre. Also nur mal als Vorschlag. Das mache ich dann nämlich genauso über Hue Saturation Luminance. Ich nehme wieder die Pipette, nehme hier den Farbton auf. Ich finde, die sucht sich jetzt also diesen Farbbereich selbst aus. Und verschiebe jetzt den Farbraum so lange, ich achte nur auf das Dach übrigens, so lange bis ich meine, dass es eine grüne Patina ist, die mir gefällt. So finde ich es schon mal nicht schlecht. Gebe ich noch ein bisschen mehr Sättigung drauf. Vielleicht so. Und habe jetzt den Effekt für das Dach, wie ich es haben möchte. Allerdings habe ich es aufs ganze Bild. Das will ich nicht. Also invertiere ich diese ganze Ebene. Dann ist es wieder weg. Mit Command und I. Nehmen wir mir wieder einen Pinsel. Diesmal aber die Farbe weiß, weil ich es jetzt zurückmalen will. Und wenn ich jetzt über diese Bereiche gehe, dann male ich mir praktisches Grün hinein. Man kann auch eine Auswahl erstellen und es dann machen. Ich zeige jetzt nur mal grob. Man müsste hier ein bisschen ordentlicher vorgehen. Also das habe ich in meinem Thumbnail dann auch gemacht. Aber jetzt kann man einfach die Farbe wieder reinmalen, so wie man will. Ich zeige es hier nur mal beispielhaft. An der einen Kuppel bin ich jetzt dabei nicht sauber, nicht ordentlich, weil es sehr schnell gehen muss. Das gleiche würde ich nämlich eigentlich noch hier oben machen und auch hier. Darauf verzichte ich jetzt, damit es schnell weiter geht. Wem das jetzt zu viel Grün ist, ich finde es gerade ein bisschen zu heftig, kann man einfach wieder mit der Deckkraft ein bisschen runter gehen. Dann sieht es wieder ein bisschen natürlicher aus. Weiterhin gefallen mir die Dächer sehr schön. Das sind ja immer diese roten Terracotta Ziegel, die hier aber auch relativ braun farblos wirken. Ich möchte die jetzt also ein bisschen roter erstrahlen lassen. Das mache ich auch wieder mit Hue Saturation Luminance. Mit der gleichen Methode, mit der Pipette, nehme ich jetzt einfach einen Bereich auf. Man findet die, sucht sich damit schon den Farbbereich raus. Und dann gucke ich mal, die Farbe möchte ich gar nicht so sehr verschieben, aber vielleicht die Sättigung. Ja, das reicht mir schon. Jetzt sind die Dächer etwas mehr gesättigt. Auch der Rest des Bildes übrigens, aber in dem Fall, finde ich, stört es gar nicht so sehr. Sieht ganz gut aus, würde ich so lassen. Jetzt komme ich zu der letzten Veränderung und zwar geht es um das Licht. Die Sonne kommt aus dieser Richtung, also hier von rechts und scheint auf diese Häuserzeile, die entsprechend hell ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass diese Häuserzeile im Schatten liegt. So ist das nun mal, aber ich finde eben, dass hier sehr schöne Häuser sind, die jetzt gar nicht so zur Geltung kommen. Ich möchte also auch diese aufhellen. Das mache ich wie folgt mit Dodge & Burn. Dazu gehe ich auf die oberste Ebene, erstelle einen Screenshot, damit ich nicht destruktiv arbeite, damit die unteren Ebenen jetzt nicht angetastet werden. Ich nehme das Abwedeln Werkzeug und jetzt bekomme ich hier oben eine neue Kontextleiste. Ich wähle den Tonwertbereich Lichter aus und wenn ich jetzt hier rüber fahre, aufpassen, dass man nicht eine zu hohe Deckkraft nimmt. Wenn ich jetzt also hier rüber fahre, dann werde ich also die hellen Bereiche noch weiter aufhellen. Die anderen Bereiche auch, aber nicht so doll. Ich nehme mal eine Deckkraft von 20%, damit es nicht ganz so heftig wird und zeige mal, wie das funktioniert. Also schon bei der Vorschau sieht man es. Ich gebe jetzt immer so kleine Klicks drauf und man sieht sofort, wie sich das Ganze verändert. Man muss also aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Jetzt ist es im Prinzip schon leicht übertrieben, aber man sieht sofort eine Veränderung. Man hält praktisch diesen ganzen Schattenbereich auf. Ich spule das Ganze mal vor und zeige dann ein kurzes Zwischenergebnis, wie es dann aussehen könnte. Ich zeige dann nochmal kurz, wie sehr das Bild eigentlich jetzt verändert wurde. Wobei hier jetzt schon der Zuschnitt drin ist und die Gondel raus. Erstmal die Gondel wieder rein. Tonwertkorrektur. Farben vom Wasser und vom Himmel verändert. Die Kuppel verändert. Die Dächer verändert. Und etwas aufgehellt. Und ich habe das ja hier nur schnell im Tutorial gemacht. Und hier zeige ich nochmal das Foto, wie es dann am Ende aussehen könnte, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ihr vermeintlich etwas farblose und fade Bilder doch noch retten könnt. Ciao, euer Affinity Jack.